Wie ihr bereits auf unserem Kanal gesehen habt, waren wir ja bei Plugsurfing, haben uns die neue App und deren gesamte Neuerungen angeschaut und tatsächlich hatten wir Glück, denn an diesem Tag haben wir auch noch Adam bei Plugsurfing getroffen. Er ist einer der Co-Founder und hat uns ein wenig über die Geschichte von Plugsurfing erzählt, doch seht am besten selbst. Hallo, mein Name ist Adam, ich bin einer der Co-Founders von Plugsurfing und ich bin der Managing Director von Plugsurfing. Okay, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist Plugsurfing entstanden? So, how did Plugsurfing came up? Ja, so me and my Co-Founder Jakob Van Zonneveld, we founded the company in 2012. In Berlin, so we started originally just as a mapping program to help electric car drivers find charging points and then we soon realized that it was quite limited and what the real problem that we needed to solve was was that when you found the electric car charging point, you then need to pay for it and so we developed between 2012 and 2014, we developed a payment software to allow electric car drivers to pay for charging and we took in some financing rounds from local business angels in Berlin and gradually we grew the company bigger and bigger with more users and more charging points that were connected to our system that allowed our drivers to find and then pay for charging wherever they went. Also, ihr seid, du hast schon, ihr habt schon in Berlin gewohnt? Ja. Ja, cool. Das heißt, ihr seid so ein richtiges Berliner Startup. Ja, 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 das ist ja, ein Typical Berlin Startup in der Weise, dass beide der Founderinnen waren in Deutschland. Also, ich glaube, dass das wahrscheinlich Teil der Berlin Startup-up-scene wird. Wir haben immer gefunden, dass die Berlin-scene wird sehr acceptiv, von neuen Ideen, von neuen Leuten. Es gab immer viel Venture-Capital für Menschen, die eine gute Idee geben könnten und viel Enthusiasme. Wir sind also sehr glücklich hier in Berlin. Und auch die günstigen Renten, die man auf der Office-Basche bezahlt hat, waren natürlich auch sehr gut. Ist Berlin ein guter Ort für die Elektromobilität? Das ist eine sehr gute Frage. Ist Berlin ein guter Ort für e-mobility? Ich würde sagen, dass es ein sehr guter Ort ist. E-mobility ist ein Krossover von zwei Megatrenden. Das ist die Energie-Transition und dann auch die Digitalisierung der Auto. Und das ist jetzt wirklich zu Beginn in Berlin. Wir können uns fühlen, dass Berlin ein echtes Software-Hub für start-ups. Aber Berlin ist natürlich auch Teil der Deutschland. Und Deutschland ist ein sehr schwieriges Ort für die Elektromobilität. Nur weil es viele größere Auto-Mobilität gibt, die, bis jetzt noch vorhin, haben wirklich ihren Fokus auf die Fahrrad-Basche gelegt. Also, um sie zu Transition in Elektromobilität zu verändern, bedeutet das, dass es einen Wert auf die Arbeit, auf die Wirtschaft, auf die Ökonomien, auf die Produktion. Das sind Dinge, die nicht einfachen Entscheidungen für die traditionelle deutsche Unternehmen zu machen. Wobei es möglich ist, für eine bottom-up-companie wie Tesla zu machen. Also, es wird ein sehr spannendes Ort. Ich denke, das ist jetzt nur das Beginn von EV. Ich denke, es ist nur das Beginn von Berlin. Das ist der erste Platz für EV. Aber es hat ein sehr spannendes Zukunft vorhin. Hattet ihr jemals Angst oder wart ihr jemals in einer Situation, wo ihr kurz vor dem Aus standet? Wo ihr gesagt habt, es geht nicht in Deutschland, es geht nicht voran, es klappt in Deutschland nicht? Wart ihr jemals in so einer Situation? Was Immobilität in general? Nein, für Plug-Serving. Ah! Wart ihr gedacht habt, es geht so schnell in Deutschland? Also, wir müssen das Ganze hier aufhören? Nicht wirklich. Ich meine, es ging sehr schnell in Deutschland. Aber ich denke, dass es uns immer eine kompetentive Vorteile gegeben hat. Ich denke, wir konnten es sehen, was passiert in anderen Ländern. So, ob es das über die Benelux-Region, oder in Frankreich, oder woanders in Europa, wir konnten immer sehen, wie es sich progresse und lernen von dem. Ich denke, dass wir immer wussten, dass es in Deutschland passieren würde. So, besonders nach dem Dieselgate-Skandal passiert, wir haben alles verändert. Aber bis zu diesem Punkt, es gab uns eine Chance, um immer zu fühlen, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte sind. Wir waren diejenigen, die akzeptierten, dass elektrische Fahrzeuge kommen würden, dass e-mobilität wäre eine Sache. Und alles, was wir in unseren Weg gesehen haben, war diese große Unternehmen, die vielleicht nicht diese Hoffnung hatten, die wir hatten. Und wir wussten. Wir wussten, dass wir in der Ende gewinnen würden. Und ich denke, dass das passiert, als der Dieselgate-Skandal kam. Und plötzlich, wir wussten, dass Unternehmen wie Volkswagen, etc. mussten es ändern, was sie gemacht haben, weil die Zukunft nicht mehr auf ihrem Seite war. Jetzt kommt Tesla. Ja. Nach Berlin. Tesla kommt nach Brandenburg. Was erwartest du daraus für Plug Surfing? Ja. 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 Ich denke, das wird wirklich die deutsche Automobilität aufzunehmen. Weil, wenn die Dieselgate passiert, wenn wir jetzt glauben, dass elektrische Fahrzeuge kommen werden, ich denke, dass immer noch ein bisschen skeptisch ist, um den Tesla-Business-Modeln. Also, von traditionellen Produktion-Line-Standards, mit dem, was Elon Musk macht anders, und zwar in der Ökonomie, die er in seine Faktoren hat. Das ist vielleicht nicht immer von den deutschen Automobilien. Was Elon Musk macht jetzt, und was Tesla macht, ich denke, ist ziemlich clever, weil sie direkt nach dem Herz der europäischen Automobilien, das ist Deutschland. Und ich denke, sie kommen hier mit der Attitude, dass sie uns zeigen, wie es ist. Und ich denke, dass, wenn er erfolgreich ist, und wenn man jetzt den Währungs-Modeln sieht, dass es immer weitergeht, wir können vielleicht sagen, dass er erfolgreich ist, dann denke ich, dass das große Herausforderungen Also, dass die konsequenzen wird, dass es nicht mehr für die deutsche oder europäische Fahrer nicht komplett in die Ebene geht. Also, das ist, das die Regierung will, das die Konsumenten will, und jemand hier kommt um uns zu zeigen, dass es in diesem Land mit diesem Rahmen ist es absolut möglich. Letzte Frage, Adam. Ihr seid als kleine Firma gestartet. Ja. Und wann wurdet ihr das erste Mal von den Autoherstellern ernst genommen? So, ja, das ist eine sehr gute Frage. Wann wurden wir erst von den ersten Autoherstellern aus dem Autoherstellern? Ich würde sagen, das war Jaguar Land Rover in 2016. So, bis zu diesem Punkt in der Zeit, wir haben immer versucht, mit dem Autoherstellern Wir haben immer versucht, sie. Aber für verschiedene in der Zeit, wo sie vielleicht sehr interessiert sind, wenn sie in andere Parteien Und natürlich, es ist sehr schwierig, als Start-up, zu arbeiten mit großen Unternehmen, einfach weil sie eine finanzielle oder eine Partnerschaft einfach weil sie nicht viel Geld in der Bank haben. Und so, wenn du ein Start-up, niemand weiß, ob du wirst über die nächste Woche oder nicht. Wenn es zu 2016 war, Jaguar den I-PACE und eine Sache, die sie anders gemacht haben, und das ich immer will, dass sie nicht nach dem Markt nicht von einem strategischen Punkt von dem, was ihnen profitiert, sondern sie nach was, was der beste Produkt auf dem Markt zu finden, was der beste Produkt und nach einem langen RfQ oder Tender Prozess, sie entschieden, PlugSurfing war das beste Produkt für ihre User. Wir haben viele große Unternehmen zu diesem, und wir waren glücklich, dass es die Leute in den von Jaguar und Land Rover waren bereit, zu nehmen, auf PlugSurfing. Wir waren sehr glücklich, dass sie das Risiko Ich glaube, wir haben sie zurückgebracht, mit einem guten Level von Service. Wir sind jetzt zwei oder drei Jahre in der Kontrolle. Alles ist gut, sie sind glücklich, die Nutzer sind glücklich, und wir haben über 10 andere OEM-Brands mit uns gearbeitet. Ich glaube, sie kommen zu uns wegen dieser Mantra, dass der Nutzer ist die wichtigste Sache bei der Nutzer mit einem Service, die wir den OEM-Brands geben können. Kann ich Sie eine letzte Frage? Ja, natürlich. Sorry, aber ich war einfach über die Frage, wo ist PlugSurfing in fünf Jahren? Was ist Ihr Ziel für die nächsten fünf Jahre? Wo wollen Sie in fünf Jahren sein? Ja, ich denke, es gibt ein paar Similarities in was wir tun. Wir werden immer arbeiten in EV. Wir werden immer eine Software-Kompany in Berlin und wir werden immer immer beschäftigt mit den besten en Produkten für die Werte. Das sind die Dinge, die wir tun. Was bedeutet, in der Praxis, wir werden die Service oder die Service die wir geben. Also, stattdessen eine Art der Elektrik Fahrzeug zu bezahlen, wir müssen mehr was das Elektrik Fahrzeug braucht. Was ist die andere Teil der Service die Menschen brauchen, wenn sie eine Elektrik Fahrzeug fahren? Also, wenn wir eine rhetorische Frage da haben, wir bereits haben, in einigen Ländern an 80 Prozent der öffentliche Infrastruktur. However, wenn Sie eine Elektrik Fahrzeug fahren, Sie sagen, dass die Erfahrung von einem Elektrik Fahrzeug ist noch nicht eine gute. Es ist noch nicht so einfach wie eine Elektrik Wir müssen jetzt answer die Frage wie wir es machen können. und das ist so, wir werden weiterentwickeln. Okay. Danke, Adam. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, euch das ganze Video anzugucken zur neuen App von PlugSurfing, dann guckt einfach auf den nächsten Teil. Wir verlinken den irgendwo im Video. Viel Spaß dabei. An der Stelle wir beide sagen erstmal Tschau. Tschau, bis zum nächsten Mal. Danke. Okay. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, gute Fragen. Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau.